moin moin und herzlich willkommen zurück zu die elder scrolls arena und ich habe ein bisschen mut getankt sagen wir so und wollen wir noch mal hier versuchen ja die zweite ebene haben uns auch ein bisschen aufgetankt bisschen verstärkt und die map müsste noch genau die ist noch vollständig vom letzte mal das heißt wir müssen einfach nur hier runter hier rechts entlang so da rein und dahin geht es weiter die zweite ebene war klar dass die auch wieder kommen ja der hatte nichts er hatte nicht da können wir alles noch von vor paar folgen er hat nichts er hat nichts und meine lieblingstaste ist jetzt die u-taste seit letzte folge vorletzte folge hier geht sogar noch schneller dann glaube ich oder ist es doch wirklich offen oder doch nicht sieht aus als wäre da offen aber ist es nicht komisch so genau hier geradeaus durch und dann da ja ja ihr seid mir egal warum die fundiert ja das sind die healing oh da kommt noch mal ein paar mehr noch mal healing so wakizashi ich glaube wir nehmen hauptsächlich so schwer damit aber steht nehmen wir auch mit andere was hat der er hat immer ein 30 gold ach noch mal nix und er hat auch nix brauchbares und gut verkaufen könnte müsste das jetzt der richtige weg sein genau ich hoffe wir treffen jetzt nur kein eis golem an denn das sind die viecher die mir schon mehr sorgen machen hier in dem game ja ihr seid und dann geht es hier und ab hier speichern wir einmal kurz hier drauf hier müssen wir auch noch weiter suchen oh hier war nur ein einfacher wolf oh zwei einfache wölfe mit nur einem schlag und jetzt hier naja wir haben den raum hier noch nicht so eine erkundet gar drauf nix okay gehen wir gerade aus wir gehen gerade aus ja doch nicht wir gehen zuerst hier rein die wölfe sind die süß hier gibt es nix rein gar nix das ist der richtige weg ja tut denn auch noch feeling auch noch feeling und eis golem hatte wieder nichts ja gehen wir aber trotzdem mal da rein hier haben wir einen schatz und ein bracelet schauen wir mal an wie gleich wie viel besser der ist als der bracelet den wir jetzt haben so den einmal weg der ändert nix dann bleiben wir bei dem komm dann wo geht es da lang wollen wir zuerst hier lang oder wir gehen erstmal in süden erstmal den ganzen rand hier ab unten nice lang schmerz lassen wird wohl weil das hier natur ist kann es sein dass der mehrwert ist vielleicht noch einmal kurz voll machen noch haben wir genug okay aber hier könnten wir rein theoretisch runter durch den tunnel dann mal schauen wir bleiben aber Richtung süden wo es nirgendwo hingeht ja dann gehen wir nochmal zurück dann gehen wir hier Richtung süden hast du mich erschrocken und du auch ja der hat nichts ja und den und den mit vielleicht den auch noch das tun nehmen wir mit alles weil das kann einiges wert sein ja komm so crystal den nehmen wir nicht mit gucken wir uns mal der crystal an nein dem herzhelm soll bleiben oh longspot ist verzaubert hier crystal passiert nichts dann trotzdem egal lassen wir vielleicht irgendwas besser weiß ich jetzt nicht ob sich irgendwas gebessert hat aber wir wollen mache ich hier weiter hier geht es nicht weiter so wo kommen die da noch ein Schatz amulett 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 wo haben wir den da ach wir haben so der schon besser aber können wir verkaufen wer weiß wie viel die wert sind hallo hoffe wir treffen keinen eisgolem wieder an hier geht es nicht weiter hier gibt es auch nichts boah dieser ruckler und wieder erst mal süden da haben wir wieder einen Schatz noch ein Bracelet vorher mal komm nehmen wir mit da haben wir glaube ich was gefunden hier gibt es nichts interessant was wir hier gefunden haben für den raum aber bringt nichts hier geht sogar noch weiter fehlt uns auch sehr viel hier wir wollten erst mal schauen nach dem Bracelet wie viel besser der ist wo haben wir den so der macht nichts der macht auch nichts dann lassen wir den hier äh wo ist denn der Ausgang ach so müssen wir hier mal weiter war dort der richtige Weg oder ja gehen wir erst mal hier gerade aus hier gibt es nichts außer das Geheul von Wölfen da scheint es auch nichts zu geben in dem Raum ne und auf alle Räume irgendwie gleich ja wir könnten rein theoretisch hier entlang und dann den Tunnel ah da ist ein Raum da wo wir noch gar nicht waren da ist ein Raum hoch schätze Gold Gold und Maze Gold Bracelet Elvenhelm Bladeboots kommen nehmen wir mal schauen weil die scheinen aber heiler zu sein glaube ich und ne der macht nichts besser der ist auch nicht wirklich besser wir bleiben dabei dann mal schauen wo wollen wir weiter entlang ja wir gehen wir gehen hier weiter gerade aus hallo hier geht es nicht weiter dann wahrscheinlich hier oder ach du bist das hier gibt es noch jede Menge aber weiter nach Westen kommen glaube ich erstmal noch nicht wir gehen hier auch erstmal gerade aus hier gibt es nix woher kommst du denn er hat nichts na den Raum hätten wir vielleicht erkunden können ja äh talkshortswort ich hoffe die sind was wert ich hoffe die sind alle was wert ok hier gibt es uns nix wir laufen trotzdem einmal so wer durch dann wird die Map auch vervollständigen hier so dann gehen wir hier einfach mal nach rechts ja jetzt glaube ich nur nur der Weg da dahinter gibt es auch noch irgendwas gehen wir da hin rein theoretisch hier und dann hier hin dann gehen wir zuerst hier rein da holt hier hallo ist hier jemand gar nichts ja dann gehen wir da mal runter äh wo war das nochmal genau hier jetzt links und dann wieder links ja das muss hier gleich vorne sein ah nein hier kommen wir nicht weiter das heißt hier raus müssen wir so geradeaus oh hier haben wir alle grüne Wände ich glaube wir sind hier schon mal richtig zwei Gold wow hier sind grüne Wände hier scheint irgendwie gar nichts zu sein hier scheint irgendwie gar nichts zu sein hier scheint irgendwie gar nichts zu sein sieht das verstehen oder ja egal dann suchen wir uns mal den Weg zurück oder wir gehen mal den Weg hier wieder äh das kommt egal wir gehen wieder den Weg ich hatte überlegt ich habe jetzt irgendwie da hin zu gehen aber auch kompliziert oh das ist noch ein Schatz ah ne die Platten Dings da so dann gehen wir mal wieder zurück hallo genau so dann wollen wir hier gleich rechts und dann wieder links da ist noch ein Raum ich denke da waren wir noch nicht drin der hier na doch hier waren wir schon hm dann gehen wir hier einmal nochmal links dann werden wir die Karte zumindest vollständigt haben und oh es ruckelt aber extrem gerade und dann wieder hier diese ruckler ja hier geht es nicht weiter ok das heißt hier am besten Richtung Süden wo ist der Ausgang hier habt ihr das gehört ja komm äh ach Süden genau hm warum will der nicht warum will der jetzt nicht jetzt will er oder rechts dann links und dann wieder rechts wo ich hier geradeaus waren wir auch noch nicht oh das ist der Weg so haben wir den hier gibt es uns nichts außer diesen Weg hinter mir ist nichts aber hier haben wir einen Schatz so dann gibt es nur den Weg hier rechts äh links meinte ich na ich glaube in dem Raum kommen wir nicht anders außer durch dieses Loch dann gehen wir mal wieder durch das Loch ja genau zu Wolf hier kommt noch alle dran keine Sorge drin ah geil zwei Schätze hallo Crystal Tanto und der hat und der hat einen Tork was kommst du so ich würde aber sagen den Rest des Dungeons durchsuchen wir in der nächsten Folge vielen Dank dass ihr wieder mit dabei wart ich bin's euer Max Deus und ciao bis zum nächsten Mal 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020